Yo, hallo zusammen, herzlich willkommen zu euch zu einer neuen Folge, Maged zusammen mit dem Debitor. Hallo zusammen und willkommen. Hey und willkommen. Es ist aber kurz nah ans Mikro gegangen, ne? Was? Nah ans Mikro gegangen. Achso, bin ich? Ja, irgendwie schon. So, ja, jemand sagt doch, ich werde immer lauter und leiser, aber kann auch sein, dass ich mal weiter weg und weiter vor bin. Kann schon sein. Weiter weg und wieder vor. Weiter weg und wieder vor. Ich glaube, wir machen noch eine Suppe. Ihr seht schon, wir machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben, aber man darf halt nichts nebenbei machen, ne? Da darf man nicht. Da geht er nicht. Geht er nicht, ich schwöre. Aber macht er Bock, ey. Jetzt funktioniert alles, ey. Warte, wo ist eine Druckplatte für Monster-Spawn? Unten, ey. Das haben bestimmt alle in die Kommentare geschrieben. Ah, hier. Tut mir sehr leid. Die Folge entsteht direkt im Anschluss. Deswegen muss ich... Nein! Was? Peter? Was war? Mir ist was. Sehr, 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 sehr. Dummes passiert. Sehr, sehr, sehr dummes. Ja, Mann. Darfst du nicht einfach spoilern? Die Leute wussten nicht, was jetzt kommt. Ach so, okay. Dann ist ja gut. Was ist denn passiert, Heike? Was ist passiert? Ich habe den Catalyst abgebaut, ihn liegen lassen und er ist despawned. Ah, hauengam, ba-ba-bi, ba-da-da. Warte. So, jetzt aber, jetzt aber. Komm los. Was? Aha. Mein Portal ist noch nicht geil genug. Ich glaube, da war es gut. Oh, oh, Heiko. Ja. Ich hoffe, das gibt jetzt hier nicht wieder zu viel Action bei der Platte. So, die habe ich nämlich... Du machst es bestimmt gleich. Deine komische Bombe, die du machen willst. Welche Bombe denn? Und dann explodiert die in deinem Haus. Alles kaputt. Alles bot. Wie kriege ich denn jetzt diesen geilen Eingang wieder hin? Wie hast du den überhaupt kaputt gemacht? Welchen? Den habe ich ja gechisselt. Jetzt muss ich doch einen anderen Eingang nehmen. Oh, guck mal, wie er das Mana-Portal mitten rein baut. Early Boy, du. Wie mitten rein. Ich habe hiermit nicht angefangen. Nein, Early Boy war nur Spaß, wisst du dann. Ich habe Soulbound. Jawohl. Kann ich das mal sehen? Ich muss das erst entflogen. Ich habe mir bitte kein Bild von der Mauswahl. Wie kann ich... Oh, nein. Wie kann ich denn das Buch kopieren bei Bibliocraft, right? Ah, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht. Das muss irgendwie sehr kompliziert. Aber kannst du gleich mal lernen. Brauchen wir eh noch für was anderes. Ja, aber ich kann jetzt in den Winten drin gucken. Ja, Learning by Doing. Ach so, meinst du? Ich mache gerade mal einen Eisen-Partner. Guck mal, ich habe ein Toolbag gefunden, ne? Wo ich dir jetzt mal ganz kurz erzähle, ne? Boah, ja. Wie hast du ihn gefunden? Da war eine Eisenrüstung drin. Wow. Und da war Soulbound drauf. Ei, ei, ei. Soulbound ist das beste Buch, was ich je gesehen habe. Ist ein Enderman da draußen? Ich sehe gerade, es ist dunkel, Alter. Nein. Ist meine Karte nicht an, oder was? Doch. Ja, warum fragst du denn? Vielleicht da drüber hauern? Was? Hm, hm, hm. Peter fliegt überall rum. Weißt du, vorher habe ich mal eine Endermenge gesehen, aber jetzt sieht man natürlich keinen, ne? Jetzt sieht man keinen. Ne, und der Mats hat gesagt, die spawnen wäre in der Wüste. Ja, das ist ein Mythos. Echt? Ist das so wie Zuckerrohrweg schneller auf Erde als auf Sand? Weil halt in der Wüste mehr freie Fläche ist, kommt es einem so vor, als würden mehr Leute dort spawnen. Aber im Wald sieht man die Monster halt nicht so. Stimmt. Guter Einwand. Ist das eine plausible Erklärung? Vielleicht stimmt sie aber auch nicht. Ich glaube schon. Was würden in Hexen Gutes droppen, wenn man die verbrennt? Nix. Also nix für das Projekt, ne ansonsten halt Glowstone und Redstone, aber braucht man die halt nicht, ne? In Hexenhut. Auch noch. Ja genau, den war mir schon immer gewünscht, 400 Mal. Ja, aber der droppt ja dann da. Ja, ganz oft sogar. Was ist das hier eigentlich für ein Haus? Also ohne Witz, ich glaube, ich hätte wahrscheinlich schon zum Endermänner-Spawner fliegen können. Und ich könnte wetten, 100 Pro, wenn ich von diesem Spawner zurückfliege, sehe ich 8 Endermänner bei uns. Acht. Wie viel Eisen hast du denn mitgenommen? Ja. Ich hatte zwei Stecks. Aber ich habe es ja nur gebraten. Ich habe es auch noch nicht benutzt. Bleibt mal ruhig. Ja, ja, ja. Lasst euch nicht verarschen. Guck mal, da sieht man wieder die... Fall nicht vom Tor. Da kommt, wie der Heiko wieder zurückfliegt. Wo ist er, wo ist er? Ja. Und noch als Laiga, aber du hast ein bisschen mehr genommen, ne? Ja, nur das, was ich brauche. Ja, aber du hattest doch schon was. Oh, ich habe sogar mehr gebraucht, als du hattest. Was? Nein! Wo hast du denn das, das, die Cluster? In meinem Inventar. Ja, dann schmeißt du mal in die Schmiede, oder? Alter, wie sieht denn das aus mit den Besen? Nein, warum schmilzt du die denn da? Ja, weil die Klassen da eh nichts bringen. Ach, kann man die nicht verdoppeln in der Schmiede? Nee, nur die Silks. Silks, Tutsches, Oars. Alter, wieder keine Ahnung. Wie viel? Gib mir mal sieben Eisen. Komm doch mal wieder zurück jetzt. Warte. Warte. Neville, lande sofort wieder. Ich lasse fallen. Ich glaube, es waren zu viele. Wie war das? Ach, acht. Okay. Einer. Freu dich. Inner Männer! Jawoll! Wohin darf das Gaia-Ritual? Einfach hier mitten rein irgendwo? Laber jetzt nicht. Ich muss den Inner Mann fangen. Laber jetzt nicht. Ich muss mich konzentrieren. Oh, oh. Geh mir doch nicht auf den Sack. Oh, da ist er. Aua! Wo bist du? Da ist er. In der Moment. Och, der hinterlässt keine Seele, ne? War so klar wieder. Toll. Er ist aber auch arrogant geworden, finde ich. Oh, jetzt Soulbound. Nur deswegen habe ich sie aufgehoben, weil ich mir dachte, Peter hatte so viel Lack. Vielleicht habe ich auch mal Lack. Ah, ich hatte Lack. Uh! Ja, geilo. Weißt du, was mich jetzt wundert? Ich glaube, ich hatte gerade irgendwas im Inventar. Ich weiß noch nicht, was das war. Oh, ich weiß noch nicht, was das war. Was dazu die Monster bringt, dass die ihre Geister oft droppen. Aber jetzt weißt du es nicht mehr. Ne, war wahrscheinlich so aus Versehen, so wie ich mich kenne. So, so Lack mäßig, weißt du? Wir haben bestimmt die beiden Fokusse. Nimm mal einen mit hier. Pass mal auf. Fokusse. Ananassen. Warte, was heißt Might Attract or Summon Vengant Spirit? Might Attract? Was heißt das? Was heißt Might? Might? Weiß ich nicht. Wie Knight geschrieben, nur mit M. Ja, ja, aber was heißt das? Ich weiß nicht. Ja, vielleicht. Möglicherweise. Ah, warte, dann habe ich doch beide mit. Dann habe ich doppelte. Und woher kommt Attract? Von Attractive. Ja, kommen die wohl, die Teil aber. Das war nur die Jesus-Brille, die ich denke. Anziehen. Ja. Ja. Jawoll. Habe ich jetzt ja nicht mal genug Mana? Ah, weißt du? Jetzt kann ich... Ach, warum? Ich bin so enttäuscht. Hallo. 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 Einer braucht Mana, der andere braucht Blut. Hier mal Küsten suchen. Vielleicht haben die irgendwo ein Blackload. Oh, nee, darf ich bestimmt. Ach, doch, darf ich. Die kriegen alle ein Schwert. Das ist meine Rechtfertigung. Genau. Was bist du denn? Ach, Leute, das ist ein... Oh, ich dachte, das ist ein Mob. Hier steht einfach ein Deadpool rum. Oder sitzt ein Mini-Deadpool rum. Echt? Und was ist das? Deadpool? Ja, was ist das? Du kennst doch Deadpool. Ja, aber warum gibt es denn da ein Mini? Ja, Dekocraft. Ah, okay. Ich schreibe so voll an. Warum denn? Warum denn? Warte, nur bis Noah das Alter kommt. Der kommt doch jetzt. Ehrlich? Nimm mal, was war das? Was war das? Oder wenn einer irgendwie kam und irgendwas gesagt hat. Was war das? So die ganze Zeit. Enderman. Okay, meint. Und warum? Ja, das ist halt so. Komm her. Und warum? Ja. Was der Tät immer gehasst hat früher. Warum? Okay, warte. Komm her. Komm her. Komm, Enderman. Ja, das Ding auch. Komm her. Oh mein Gott. Wo bist du, Enderman? Enderman-Geist. Zack. Peter, ich kann nichts machen. Ich lauf nur rum, weil das so lange dauert. Warum läuft der nicht da rein? Warte. Hast du bei dir? Bei dir? Boah, geil. Oh. Das war's? Ja, ich hab einen Enderman jetzt gefangen, Alter. Das war langweilig. Warum? Jetzt brauch ich nur noch den Ofen. Der ist super teuer. Dann kann ich ja schon. Erleicht nicht? Ja doch, wahrscheinlich schon. Ich muss doch gleich gucken. Ich wollte das mega Late-Game-Item, aber ich hab schon mal die Seele dafür. Bitte nicht einfach öffnen, ne? Wär ein bisschen blöd. Okay. Den Enderman in meiner Kiste. Hast du einen Geaken? Vier Stück, warum? Oh, nice. Als ob. Er glaubt, das war noch. Hast du echt keinen? Nein. Warum nicht? Warum? Ich hab Live-Steel-Ein, stehe ich gerade. Ey, der hat mir mein Rape hier weggenommen. Erste, was passiert, wenn du irgendwas Gutes machst, Rape hier weggenommen, bam, kaputt. Also ich weiß, dass Spark was hat. Was hat der? Das ist ja zu seinen Gunsten. Ich mach ja ein Schwert dann damit. Der kriegt ja dann auch eins davon. Macht der Heiko das immer? Könnt ihr mir ganz gerne mal in die Kommentare schreiben. Holt der sich überall Stuff und sagt dann immer so, ja, der hat ja auch was davon. Meine letzte Folge mischt dann nur da raus. Ich bin die ganze Zeit zu dir gegangen und hab gesagt, ja, der Peter hat ja dann auch was davon. Der kriegt ja dann auch einschwer. Ja, und plötzlich. Plötzlich hatte ich keine Kohle mehr, hatte nix. War einfach nur arm. Ja, aber du hast jetzt doppelt so viel zurückgekommen. Hat sich doch gelohnt, oder? Ja, das stimmt. Wolltest du noch mehr haben? Sollen wir das nochmal verdoppeln? Ja, wieso? Die hab ich ja geholt. Verstehe ich nicht. Verstehe. Vielleicht jetzt. Komm, jetzt aber. Jetzt einmal. Oh, guck mal, ich brauch Dark Bricks. Oh, die sind aber teuer. Hast du Christanne? Was denn? Dark Chimps? War Borg Chimps? Aber nicht. Dark Chimps habe nicht. Davon brauch ich schon so ein paar jetzt dafür. Oh, ich hab ein Pirate Hook. Der ist ja cool. Ja, der kann gar nichts machen. Ich auch nicht. Alles gut. Ich hol mir mal Lifestyle da raus. Finde ich cool. Ja. Bisschen Blatt noch in. Was sind so die geilste Blume für Mana, Peter? Äh, die TNT Blume. Hahaha. Ehrlich? Naja, doch nicht. Das hatten wir nochmal genommen bei Sky. Den Tick. Stimmt, okay. Ja, normalerweise Kohle. Die kannst du automatisieren mit einer Baumfarm, wenn man das hier automatisieren kann. Ja, aber die macht halt auch so wenig Mana. Ja, dann musst du die halt öfter machen. So ist das halt das Geheimnis, ne? Nein. Ein Trophium. Das hat die richtige Blume. Ah, das entspannt. Hören sie die Klänge der Natur. Hahaha. Was? Hahaha. Was machst du da immer mit den Schallplatten? Die brauche ich für das große Ritual. Hahaha. Das hört sich aber so geil an gerade. Hahaha. Oh. Das war voll der Öko-Typ gerade. Und er macht einfach alles weg. Oh Mann. Das fasste voll gut. Dinn, dinn. Werden sie auch Schüler von Atlantis. Ja, genau. Und halten sie atlantische Seancen ab. Wo sie auch noch Geld bezahlen müssen. Ah, okay, cool. Oh, ich bin gemutet. Hallo. Hi. Atlantische Seancen. Irgendwie ist das blöd mit meiner Treppe. Gibt es nicht keinen Elevator? Elevator. Was ist eigentlich mit der Spinne da hinten los? Oh, die hängt da fest. Sag da doch. Wir wollen ja eh nur meinen Terras-Stil, ne, Peter? Willst du mich verarschen, die Spinne? Stimmt. War er jetzt nicht? Ja. Alter, hat das gelegt. Ich glaube, das war gar nicht die gute Druckplatte. Das war eine normale, die Stein-Druckplatte. Die Holz war die gute, oder? Ach ja, da war was. Was war denn die gute davon? Ich habe hier eine Druckplatte von dir genommen und die hat eine normale ausgetauscht. Ach nee, und ich baue hier letzte Woche meine Mob-Farm auf. Aber ich weiß nicht, wo die hin ist. Die stand eigentlich mal hier unten. Ja, die habe ich beide mit hochgenommen, aber welche war denn cool davon? Ach so, okay. Na, eine davon ist cool. Da steht, ich weiß nicht. Da steht nicht wenig was drauf. Ja, die haben verschiedene Namen. Sind die in der Kiste irgendwo? Ja, das, die wurden Pressure-Plator. Da dachte ich, okay, die andere ist Dungeon-Tactics. Ja, das sind zwei von Dungeon-Tactics. Zwei Stein-Druckplatten. Hier. Die Kiste, die links neben der Schaufelkiste. Oh, was war das für ein Buch? 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 Aber das sind keine Bonus-Package. Habe ich auch in meiner Hose. Aber da ist ja kein Stein drin. Ja, aber die Steine sind unten in der Mob-Farm schon. Ja, das wollte ich ja wissen. Ah, okay. Ja, dann hast du doch alles. Was war das denn jetzt von mir, Alter? Was ist denn los? Verpiss dich. Können wir gleich mal eine Folge aufnehmen, ne? Lohnt sich, glaube ich. Die unproduktivsten Folgen sind die lustigsten. Genau, ja. Das ist bei dir nur die scheiß Ausrede, um das zu rechtfertigen. Was? Dafür ist die Folge lustig. Ui. Ja, ist sie auch. Ui, die ist voll lustig. Okay, warte mal. Was hast du für eine Pickaxe? Ich. Du hast einen Hammer, sagst du? Hammer. Oh, da lag eine Hose auf dem Boden. Meine Hose. Ey. Aua. Äh. Aber Ruhe auf Ware, Peter. Hab sortiert. Hier, Winter und Earth. Dafür brauchen wir die. Ah, guck mal. Meine Hose wurde hier rausgepumpt. Warum machen die nicht wieder, Botania? Oh, ich wollte was machen, genau. So, soll ich mir mal eben eine coole Waffe bauen? Ne, einen coolen Hammer. Peter, du kannst das normalerweise gut. Kannst du nicht irgendwelche Leute beauftragen, die hier Ruden bauen aus unserer Stadt? Ja, klar. Nice. Das ist gut. Einfach so. So. Was machst du denn jetzt da oben? Nichts. Reparieren oder was? Nein. Du kannst ja machen, ist ja Blut drin. Guck mal, wie... Das war teuer, glaube ich, ne? Bei der Anzahl. Hast du deine Hörpflakten wieder gefunden, oder was? Nein. Hast du jetzt gewartet? Tut, 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 tut. Ah, jetzt aber erzeugt. Hey! Lass uns... Haus ist fertig. Lassen Sie mich rein, bitte. Hallo. Ich habe gestern in der Folge versucht, hier so unbemerkte... Ey, ey! War aber knapp, sagst du, ne? Ich wollte halt hier unbemerkt wieder rauskommen, ne? Und habe ich die ganze Zeit versucht, hier so das zu machen. Oh, jetzt geht's, weißt du? Ach, hebe zu und raus, oder was? Ja, und gestern habe ich mich fast getötet, weil ich das die ganze Zeit probiert habe. Ja, cool. Ah, gut, gut, gut. Ja. Gibt es ja nicht Leitungen von dem Ding hier? Ich weiß es nicht. You weiß nicht. Leitungen? Ey, was ist denn hier los mit den Spinnen? Die sind verletzend. Du hast den Hebel bestimmt umgesetzt, ne? Ne. War dann im Plan, die ganze Zeit. Wie kann ich denn was dissenchanten? Jemand hat gesagt, das geht irgendwie. Ja, kann ich. Du kannst das? Ja. Wie? Warte, ich muss mal ganz kurz die Druckplatte hier verändern. Also ich habe oben so ein Ding, so ein Kessel. Da kommt das Item rein und dann ein Blub da drüber und ein bisschen Blut. Muss das Item ganz sein? Ja, ist egal. Item muss eine Verzauberung haben. Das ist das Geheimnis. Ey, diese Spinnen, ne? Jetzt kommen alle raus. Jetzt gibt es auch die Fresse. Ich sehe keinen Kessel, nur das Pinsa mit Feuerwerk. Wo ist der Kessel? Warte. Ne, hier unten. Da, wo auch das Blutzeug ist. Ah, da hast du doch gut. Oben, hast du gesagt. Hier, hier, Kessel. Wo? Hier in der Ecke. Hier, wo ich bin. Hier oben. Ich weiß ja nicht, wo du bist. Hallo. Hinter mir, links in der Ecke. Liegt. Und jetzt? Was denn da drauf? Nix. Sag mal, lohnt sich das? No-bound. Ah, okay. Pass auf. Dann machst du dann folgendes. Pass ein bisschen Blut rein. Halbplatte drauf. Und ein Buch. Oh. Okay, dankeschön. Was ist denn jetzt da drin? Ach, Unbreaking wollte sie nicht haben. Das ist voll geil. Ne, 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 ne. Nein, nein. Oh, jetzt war ich ja noch eine M-Bild. Du hast bei dir alles stehen, ne? Verdammt. Hab ich? Hallo. Ne. Ne, wo habe ich den dann gesehen? Kannst du mal einen bauen, Alter. Ach, ne. Den habe ich in Chastain of Items gesehen. Aua. Aua. Ja. War eine gute Folge. Warte, läuft schon? Das läuft schon. Das Ende läuft, oder was? Oh, falsche Knopf. Boah, alter. Ah, geht doch nicht. Ich glaube, die Druckplannen sind kaputt, nachdem ich die abgebaut habe. Da sind gar keine Mobs mehr drin. Sind sie leer? Du lass sie bestimmt kaputt, weil du das weißt. Du weißt, dass ich fehl. Nein. Wir sind schon wieder 20 Minuten dran? Alter, und ich habe nur einen Enderman gefangen. Ja, ich habe nur in der Stadt rumgüpft und gelacht. Musst dir das echt so vorstellen. Okay, wisst ihr Bescheid? Heute Abend ist Livestream bei mir zumindest. Ich weiß ja nicht, was der Heiko macht. Ich bin vielleicht dabei. Ja, wenn du früher kommst, dann müssen wir nicht Chaos-Stream machen. Weil er weiß, was ich damit meine. Ich bin so früh. Wir fangen um 13 Uhr an. Hä? Jetzt sind wir live, wenn ihr die Folge guckt. Jetzt. Jetzt. Ne, ne, so früh nicht. 19 Uhr heute Abend. 19 Uhr. 19 Uhr, wer mitmachen möchte. 19 Uhr. Ihr könnt alle mitmachen übrigens. Ja. Mit zugucken. Genau. Und spenden. Peter hat da seine Kisten sortiert. Ja, ne, dann werde ich sie sortieren. Also ich komme ja auch nicht raus, bevor die sortiert sind. Erinnere mich dran. Ja. Keine coolen Sachen anmachen. Kannst du aufmachen. Höre die Musik. Geh mal auf. Entspanne dich. Ja. Komm, 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 komm. Okay, tschüss. Okay, was? Krass. Nix gesagt mit Tschüss.